Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es einen ersten Eindruck zu einem aktuell laufenden Anime dieser Season. Ich gebe meinen ersten Eindruck ab, den ich nach der ersten Folge hatte und mache eventuell sogar, sobald dieser vorbei ist, ein Fazitvideo. Falls ich den Anime abbrechen sollte, ändert sich der Titel dieses Videos, und zwar werde ich ein Bindestrich abgebrochen und die Folgenzahl hinten dran hängen. Fangen wir doch direkt mal an. Mein erster Eindruck zu Cabaneri of the Iron Fortress. Langweiliger Standard Hauptcharakter. Kleines Mädchen, das viel zu stark ist. Warum entfernt man dem Typen aus der Anfangsszene nicht einfach mal schnell den Arm? Warum hat man den Typen im Bahnhof verdächtig ein Cabaneri zu sein, wenn sich dieser Infektor so schnell ausbreitet, dass er in ein paar Sekunden den ganzen Körper übernommen hat, wie man am Anfang und später beim Protagonisten schon sehen konnte. Und dieser hier keine Anzeichen vom Violett aufwies. Schlechte Exposition. Es werden Sachen von einem zum anderen Charakter erklärt, die in der Welt des Anime allgemeinwissend sein sollten, also gibt es keinen Grund für diese Erklärung. Natürlich versucht man die Zombifizierung wissenschaftlich anzugehen und der Protagonist kommt darauf, dass man vom Virus einfach durch Würgen geheilt wird. Man muss noch nicht mal eine infizierte Stelle entfernen. Nein, einfaches Würgen reicht aus. Hätte das der Typ aus der Anfangsszene nur mal gewusst. Warum freut sich der Protagonist über den Kill, wenn man danach zu sehen bekommt, dass man die Cabaneri einfach töten kann, indem man ihren Kopf entfernt. Und das ist wesentlich einfacher als eine Maschine zu konstruieren und im Kampf immer mitzuschleppen und nachzuladen. Dazu verringert sie die zum Überleben wichtige Mobilität. Die Endszene mit dem entfernten Kopf nimmt die ganze Schwierigkeit die Cabaneri zu töten, die vorher aufgebaut wurde, einfach weg. Jetzt fragt man sich, wie schwach die Menschen sein müssen, dass sie von etwas, das man ganz leicht töten kann, so sehr in die Ecke gedrängt werden konnten. Die Cabaneri reagieren auf Blut. Also wie finden sie die ersten Opfer überhaupt, wenn diese doch noch nicht mal bluten? Prätentiös, weil schlechter Umgang mit den Toden von Charakteren. Für mehr Infos zu dem Thema, erster Link in der Beschreibung. Im Endeffekt dasselbe wie Attack on Titan, nur dass der Hauptcharakter etwas weniger weint, aber dafür seine Familie schon vorher verloren hat. Ich vermute entweder durch die Cabaneri oder weil man dachte, sie seien Infizierte, ohne dass sie Infizierte waren. Das wäre eine Erklärung für seine unnötige Rettungsaktion am Bahnhof. Musik und Animation waren aber nicht schlecht, bisher würde ich dem Anime 4 von 10 Punkten geben. Und das ist auch meine Prognose für das Ende. Mal schauen, ob es sich noch verbessert, was ich sehr stark bezweifle und ob das Pacing auch so einschläfernd wird ab der Mitte des Anime wie bei Attack on Titan. Musik 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 Musik